Der Thomas und der Alfred machen jetzt einen kurzen musikalischen Beitrag und dann geht es mit Open Mic weiter. Das erste Lied heißt Dämonen vertreiben, Dämonen vertreiben, die Dämonen, die rundherum sind, die Dämonen, die wir noch immer haben. Ja, hört euch einfach das Liedl an. Hey, hey! Dämonen vertreiben, Dämonen vertreiben, Dämonen vertreiben, Dämonen vertreiben, Geister. Geister auf eurem Platz, Geister auf eurem Platz. Alle psychischen, alle physischen Waffen niederlegen. Alle psychischen, alle physischen Waffen niederlegen. Friede, für alle Wesen, Liebe, für alle Wesen, Freundschaft. Für alle Wesen, Vergebung, ja, sitz mit. Für alle Wesen, für alle Wesen. Dämonen, 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 Dämonen vertreiben, Dämonen vertreiben. Geister auf eurem Platz, Geister auf eurem Platz. Alle psychischen, alle physischen Waffen niederlegen. Alle psychischen, alle physischen Waffen niederlegen. Friede für alle Wesen. Liebe für alle Wesen, Gesundheit für alle Wesen, Vergebung für alle Wesen. Friede für alle Wesen, Liebe für alle Wesen. Gesundheit für alle Wesen, Freundschaft für alle Wesen. Dämonen vertreiben. Ja, Dankeschön, dass es ein bisschen gefallen hat. Servus Michi. Hi. Hast du nicht einmal aufgenommen? Ach so, alles. Alles mehrfach aufgenommen. Na gut, dann darf ich noch ein zweites Lied um, das heißt Wie lange noch. Das ist mir irgendwann einmal vor zehn oder zwölf Jahren eingefallen und gilt immer noch und hat einen Zeitbegriff, wie lange noch geht das, wie lange noch, ja einfach, wie lange noch. Macht sich eure eigenen Gedanken darüber, was eigentlich, wie lange noch geht und was eigentlich aufhören sollte, weiterzugehen. Wie lange noch. Okay, wir fangen an. Aber, pardon, ich bin in einem falschen Lied drin. Jetzt bin ich noch da und jetzt ist alles klar. Aber, aber wie lange noch. Du bist mir ja so nah und alles ist so warm. Aber, wie lange noch. Alles seid ihr da und alles ist so warm. Aber, wie lange noch. Aber, wie lange noch. Aber, wie lange noch. Du bist mir ja so nah und alles seid ihr da und alles ist so warm. Aber, wie lange noch. 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 Und jetzt ist alles klar, aber wie lange noch? Du bist mir ja so dumm und alles ist so wahr, aber wie lange noch? Alle seid ihr da und alles ist so klar, aber wie lange noch? Aber wie lange noch? Aber wie lange noch? Alle seid ihr da und alle seid ihr da und alles ist so klar, aber wie lange noch? Du bist mir ja so dumm und alles ist so wahr, aber wie lange noch? Alle seid ihr da und alles ist so klar, aber wie lange noch? 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 Bravo! Bravo! Danke! Das Lied ist noch gar nicht aufhört, das heißt ja, jetzt bin ich noch da. Und alles ist so klar, aber wie lange noch? Das Lied hast du ja so. Du bist mir ja so nah und alles ist so wahr, aber wie lange noch? Jetzt machen wir dann wohl Schluss. Alle seid ihr da und alles ist so klar, aber wie lange noch? Aber wie lange noch? Aber wie lange noch? 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 Ja! Applaus Dankeschön! Bravo! Dankeschön! Bis zum nächsten Mal.